es ist wieder zeitlich schicks machen es ist wieder zeitlich ins abenteuer zu stürzen herzlich willkommen auf meinem kanal heute im let's play ja sternschweif teil 2 der nordland trilogie wir sind auf dem weg nach westen nachdem uns die fiesen magier den salamander stein wieder abgenommen haben genau und da machen wir jetzt weiter wir sind ja durch das kleine örtchen iramis gekommen dass hier in diesem spiel nicht mal einen namen trägt traurig traurig ich wollte mal gucken wie voll wir sind der zwerg kriegt ein bisschen davon und dann geht's los denen geht es nicht so gut wir gehen in die blutzinden ich glaube das hier ist tief musen kann es gar nicht sein die musik nördlicher ruckartig bleibt anika stehen von vorne ist ein leises geklinge hörbar dass ein wenig lauter wird erst kommt das deutlich ist das klüren von waffen und rüstung zu erkennen wollt ihr euch verstecken nein etwas später könnt ihr auch zahlreiche rauen stimmen hören die sich ungenierte lautstärke orkischer sprach unterhalt wollt ihr euch jetzt verstecken nein wir verstecken uns definitiv nicht vor so ein paar orks wie orks ein feiger bogenschützer und wartest und wir bewegen uns in die mitte wir müssen uns jetzt gut hinstellen schießen ganz ungeniert hier auf die leute auf jeden fall haben die mit dem schuss drauf wir legen hier rüber und die haben ordentlichen stampf drauf auf jeden fall saut auf jeden fall Als erstes den hier in der Mitte fertig machen. Wir haben heute keine Angst. Du gehst da rüber und hilfst vielleicht. Okay. Eingekesselt. Eingekesselt. Zurück. Und schießt auf den. Den macht ihr jetzt fertig. Nummer 1 ist zerlegt. Hier ist vielleicht auch an der Zeit, vielleicht mein Ruhepokus auszuwählen. Dass der Magier ein Paar wegschickt. Das war's. 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 jetzt lustig. Das ist jetzt lustig. Das wird jetzt lustig. Jetzt haben wir einen richtig großen Kampf vom Zaun gebrochen. Mal sehen wie viel da noch nachkommt. Jetzt müssen wir langsam hier mal agieren. Okay. Der nächste den wir klein gehackt haben. Wir haben auf jeden Fall Platz. Platz gemacht für die neuen Leute. HAL geht jetzt auf jeden Fall nach vorne. Wenn HAL noch rankommt. Aber tut er nicht. Oder nicht. Komm den hau mal kurz und klein. So. Du bewegst dich. auch da hin. So wegs dich auch dahin. okay ich glaube das sieht schon recht gut aus bei der berechnung wurde ich definitiv scheitern aber dadurch dass ich meine helden ganz gut aufstelle der magier muss definitiv ein bisschen weg gegenstände ich will nicht gegenstände sagen ich muss zaubern einung balsam auf sich selbst zaubern einung balsam auf sich selbst zehn punkte balsam um so gegenstände wirst du gerade die stunde so er hat aber auch schon ordentlich was eingesteckt du machst auch einen Angriff auf den sehr gut hier kommt aber ganz schön nah hier an den ran der witzig auch mal vier Punkte nach hinten und startest einen Angriff auf den da perfekt so du bewegst dich wirklich sieben Punkte nach hinten möglichst aus der Schussbahn der verteidigt schon wieder wo gehst du hier hin okay jetzt sollten wir alle eingeschränkt haben außer die beiden Veteranen wieso geht der denn auf den Zauberer damit hatte ich jetzt nicht gerechnet so 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 So, der nächste, der sich verabschiedet. Der war auch noch nicht dran wieder. Jetzt ist er dran. Okay. Jetzt kann er auch nichts machen. Jetzt ist er dran. Gegenstände ein, wenn wir das Würselkraut benutzen. Und H bewegt sich dahin. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Ork-Testungen. Der hat jetzt 2x23 eingecheckt. 46 Lebenspunkte. Zaubern. Beherrschung. Horiphobos auf dich. Horiphobos. So. Der müsste doch jetzt eigentlich hier schon tot sein. Ja. 48 Lebenspunkte waren das. So. 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 See you. So. 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 dass Breen auf dem Weg dahin ist. Du startest den Angriff auf den. Und der Zwerg schnappt den Angriff auf den. Einmal weniger. Einmal weniger. Einmal weniger. Der bewegt sich. Zaubern. Einmal, Balsam auf. Den. Du kriegst 10. Du kriegst 10. Die müssen uns dann leer machen. Einmal. Du decomponieren. Okay, Computerkampf, nur dieser Held. So, ich will noch nicht Computerkampf die ganze Gruppe machen. Weil ich Angst vor dem Magier habe. Dass der mir da bald draufkommt, irgendwie. Da wird er schon wieder ordentlich beschossen. Computerkampf, nur dieser Held. Sichern. Bewegen. 4 Punkte. Computerkampf. Hier kommt nur dieser Held. Nein, kann man die anwenden. Die bewechselt einfach mal an. Da kommt nur dieser Held. So. Und ich bekomme nur dieser Held. Genau, ich schieße einfach auf den weiter. Okay. Okay. Der hat aber echt viele Pfeiler. Das muss man sagen. Okay. Zwei Ork-Veteranen und 16 Orks. What? Okay, Leute. Das ist ein reiner Kampf. Hier ist wohl ein Zwerg, ne? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Auf jeden Fall wird Brink gerade richtig geschossen. Ich hoffe, ich kriege den Bart mal dran. Der kriegt ja die ganze Zeit Schaden. Zaubern. Veränderung. Ne, das ist Zauber und Kampf. Auch nicht. Verwandlung. Armatrutz. Wie viele Punkte der Rüstungsschutz erhöht werden? Machen wir um 9. Damit ist er wohl leer. Okay. Das waren auch 81 Astral-Punkte, die er jetzt gekostet hat. Dann glaube ich auf den. Du hast nur Würselkröte. Oh, du würdest Würselkröter schlucken, mein Freund. Bis du wieder dran bist, das dauert. Kannst du irgendwas Beherrschungsmäßiges... Der Org schläft ein. Okay. Der erste Org ist runter. Einmal, Joe. So. Das Problem ist echt, ich komme hier nicht durch, aber die richten auch keinen Schaden an, der muss sich nicht bewegen, der Torwander muss sich dahin bewegen. Natürlich weicht man solchen Leuten, solchen Kämpfen normalerweise aus. Solange ich diese Bogenschützen immer habe, die Blöde hier irgendwie schießen, ist das alles gut. So, der zweite ist dem Tuch bereit. Das ist gut. Halte Option, sehr gut. Wo bewegt sich jetzt hier raus? Mal sehen, wie lange unser Zauberer noch durchhält. Bei den anderen bin ich sehr zuversichtlich, dass sie noch ein bisschen durchhalten. Aber unser Zauberer. So, den Zwerg muss ich jetzt befreien, glaube ich. Ähm, Gegenstände Würselkraut. So, du kannst einen Angriff starten. Wenn nochmal so eine Gruppe kommt, dann wird es schwer. So. 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 Okay. Sog. So. So kann ich ja jetzt musical werden. Okay. So. 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 Mom Edge. Die anderen schießen glaube ich nicht, oder schießen nicht auf Arlin, weil der zu nah dran ist. Ich nehme erstmal hier hin, ich wollte den anderen platt machen, ok. Wir werden den Faulkbrateran an, schicken wir erstmal dahin, dass du den hier mit platt machst. Sehr gut. Jetzt bleib mal den Faulkbrateran an. Das war also du. Jetzt schau mal hier hin. Und schreibt den an. Zaubern. Also Balsam. Auf sich selbst. 15 Lebenspunkte. Das ist kein Zuckerschlecken hier. Der ist wieder aufgewacht, ok. Das ist ein Zuckerschlecken. Okay. Wir werden uns da kaum rausbewegen aus der Ecke. Dann greifst du den an. Dann greifst du dir den an. Dann greifst du dir den an. Mutig, mutig. Wir haben ihre Pfeile verschossen. Das heißt, die gehen in den Nahkampf. Okay. So, du kannst ein bisschen feines Kraft auf dich lenken. Genau. Perfekt. Oh, eine Menschen verletzt. Aber der Zauber... Hm. Der Zauber nutzt gar nichts. Okay. Ich kann den angreifen. Gut. Du bewegst dich zwei Schritte lang. Und Platz an. Bestens. Oh, geht's down. Kannst du das sehen. Energie ab. Genau. Den sollst du abfangen. Nicht mehr erwischen. Den schießt Alkai nämlich auch. Bis dahin. Und den. So, mein lieber Torwader. Jetzt bist du an der Reihe gleich. Und dann verklopst du den, der gerade da steht. Genau. Nochmal. Sehr gut. Du musst dich nicht bewegen. Du kannst einfach anreiten. Der Torwader muss vor. So. Du gibst dich hier hin und sagst. Und der wird gehauen. Und dann greifst du weiter in diese Person bei drüben an. Perfekt. Alle auf die Spitze ruhen. Perfekt. Alle auf die Spitze ruhen. Der bewegt dich ja bei dir. Okay. Gut. Was machen wir jetzt? Bis zum nächsten Mal. berlin und sind hier ziemlich eingekesselt, nicht eingekesselt, kommen wir hier raus man kann sich hier nach hinten ziehen, das war ein bisschen zu weit man stellt sich da hin Adoption gut ja, das ist mir grad ein bisschen unnützig da, die Konstellation so, jetzt haben wir den Torval ein bisschen weit ähm, Computerkampf, nur dieser Held wir können jetzt mal drauf Adoption immer noch nicht eingekriegt kommt schon also noch so ein Kampf stehe ich nicht wirklich durch also einige schon, andere nicht Computerkampf, nur dieser Held nein, kann ich mal hier anjaken ja und ab Computerkampf, nur dieser Held nein Computerkampf, nur dieser Held da kommt und dieser Held genau hier noch vernichtet kein Ork kommt mehr durch du schießt echt noch da rüber so wiederkampf die ganze Gruppe oder nein keine Magie anjaken jetzt boah in den nächsten Kampf rein kann ich irgendwen von den Treppen rein wirklich mal bitte drei Punkte hier weg 19 Treppenpunkter hat er gekriegt 19 Treppenpunkter hat er gekriegt 20 Treppenpunkter 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 Noch mal. Noch mal. Ich bin für eine Rast zu haben. Das sage ich euch. Computerkampf, die ganze Gruppe. Nein, keine Magie am Lenden. Lagerplatz suchen. Danke. Oh, Jungs. Das war hart. Das war richtig hart. Du musst definitiv meditieren, mein Freund. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Du bist auch guter Dinger. Du kriegst ja die Fingerfertigkeit her. Keine Ahnung. Aber sieht gut aus. So. Brin kriegt Tanela. Nika kriegt Tanela. Ein Astralpunkt kriegt der dazu. Kann besser schlafen. Ein Astralpunkt. Aber hat eine neue Stufe steigert. Ersteigert. Körperkraft. Klar. Aber glaube ich, können wir noch versuchen zu senken. Ähm. Wie viel Astralenergie hat er? 83. Ich teile mal auf. Ja. Verzichte. Äh. Nein. Brauchen wir nicht mal umwarnen. Kampf. Späre Stäbe. Belungen. Kampf. Späre Stäbe. Achso. Habe ich schon. Was anderes brauchen wir nicht. Ja. Wurfwaffen wollte ich eigentlich mal steigern. Äh. Intuition. Klappt nicht. Krankheit heilen. Geht eigentlich immer bei ihm. Also der war nicht so ein Versager wie. Die andere Tutsche. Wissen. Geschichte. So. Körper müssen wir noch. Äh. Schleichen. Körper. Gleichen. Reicht nie. Körper ist ja echt schlecht. Und falschen. Er schafft. Falschen. Ne. Anti-Magie. Beherrschung brechen. Gerylianum. Auch wenn ich den nie anwende. Illusion zerstören. Kommt eigentlich noch. Destruktive brauchen wir auch immer. Und Verwandlung beenden. So. Wir haben auch nicht mal angewandt. Bannen war den zwar nicht. Aber. Den Helik-Vobus. Nebo. Dämonologie. Dämonologie. Heißt ne Bannen. Dämonologie. Dämonologie. Heißt da. Muss man auch nochmal machen. Moment. Nein. Bewegung. Accelerators. Bewegung. Accelerators. Bewegung. Transversales. Transversales. Bewegung. Transversales. Bewegung. 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 Heilung. Beisam. Heilung. Hellsicht. Analyse. Ähm. Das war auch nicht. Hellsicht. Analyse. Hellsicht. Analyse. auch nicht da brauchen wir auch nichts von kampf und boom hat er ständig gemacht ich weiß nicht ob ich das jemand aber trotz aber trotz war gut schmelze das war natürlich so alle eingaben von hand vorgenehmen körperkraft steigt der ist eigentlich ganz gute ausgerüstet schade schade 6 lebensenergie zu späre steigern das letzte mal schon nicht klappt glaube ich habe eigentlich nie schusswaffen schusswaffen immerhin ist das gelungen und kampf waffenlos passiert ja auch manchmal intuition handwerk kundenheim brauchen wir nicht wissen auch er eigentlich auch nicht die biografie ist ganz nett wirken es nehmen das leben ist gar nicht aber schleichen körper körperwärtschung körperwärtschung nein ist zu schwierig selbstwärtschung wir haben die nächste kreuzung erreicht wir gehen da weiter lagerplatz suchen nach diesem kampf speichere ich erstmal ab leute das war anstrengend körperwärtschung brenn soll magie haben nennen meditation 20 punkte ja so sieht man dann auch wird man nicht auf der position tragen wird würselkräuter lutschen körperwärtschung roß körper jika Oh, ich hasse den Magier. Der immer vorrennen muss. Die kriegen ja alle Schaden. Ein Nachtlager suchen. Also hier was zu essen finden. Schwierig, schwierig, aber Kräuter. Ihr entdeckt einige Schritte in den Wald hinein ein verlassenes Lager. Die herumliegenden Werkzeuge, vornehmlich Äxte und schon seit längerer Zeit verlassene Zelte, lassen auf einen hektischen Aufbruch. Der Bewohner schließen wollte das Lager. Ja. Beim Besuchen des Lagers entdeckt ihr einige noch brauchbare Gegenstände, die die Holzfäller in ihrer Hektik offenbar übersehen haben. Entdecken Äxte, Trockennahrung, ein paar Stiefel, zwei Paar Schuhe, Seil von 10 Husten Länge. Ja, warum nicht? Wir haben ja eins bei, aber... Wir suchen einen Lagerplatz. So. Breen. Meditation. Zwanzig. Ja, du siehst überaus. Okay, der hat auch noch kaum... kaum noch... Aber davon. Davon. Und der kriegt hier noch ein bisschen... Davon. Okay. Ah, Breen sieht doch schon wieder ganz gut aus. Wir haben die nächste Kreuzung erreicht. Hier gibt's noch Kreuzungen. Ich laufe jetzt einfach noch weiter nach Westen, immer weiter, bis es nicht mehr geht. Und dann geht's über den Geburtskamm... 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 Geburtskamm rüber. So, mit einem gewaltigen Satz landet ein riesiger grauer Steinbock vor euren Füßen. Während euch intensiv zu Mustern scheint, beginnt er ungerührt wieder zu keulen, um sich dann von euren Füßen zu erbrechen. Mit einem noch gewaltigen Satz verschwindet er so dann im Unterholz. Ja, wir schlagen erstmal das Lager auf. So witzig wie das Schlag noch holen. Neulich. Irgendwann mal vor ein paar Wochen. Lagerplatz suchen. Wir haben jetzt fast das Ende erreicht. Und Brin, also meditieren. Zehn Punkte. Kann Annika auch meditieren? Ah, die braucht irgendwas dazu. Okay. Die verlieren schon nicht die Punkte. Rauch am Horizont hinter der nächsten Biegung, am nächsten Hügel muss es brennen, jedoch ist es kein Waldbrand, denn die Rauchbeugen scheinen dünn und faserig zu sein, wie wenn tausend Feuer brennen. Und nun trägt der Wind euch den Geruch in die Nasen. Der Geruch von Feuer, von mitbraten und irgendwie von feuchtem Pace. Ihr habt keine Chance zu entkommen. Vor an euch kommt ein kleines Heer Orks und gegen hinter euch stürmen plötzlich 20 weitere Schwarzwälder aus den Bergen. Ihr seid ein Zinget. Einer der Orks offensichtlich, ihr Hauptmann, spricht euch an. Du Gefangene von Ottertai, du ergeben oder erledigt. Äh, ja. Wir ergeben uns. Der Hauptmann befiehlt ein paar anderen Orks, euch Fesseln anzulegen. Danach stürzen sich die Orks auf euch Gepäck und machen nicht einmal von den Kleidern an einem Leibhalt. Erst als ihr den Hauptmann darauf aufmerksam macht, dass ihr euch durch eure Nacktheit gedimmig fühlt, lässt er euch wieder ein paar alte Fetzen überstreifen und Gegenstände zurückgeben, von denen er glaubt, dass ihr damit besser marschieren könnt. Anschließend lässt er euch die Augen verbinden. Durch die Augenbinden könnt ihr nichts sehen und die Orks reden wir durcheinander und scheinen sich zu beraten. Dann werdet ihr die Seite geknüpft mit Komm da. Stundenlang marschieren die Orks mit euch stumm durch die Berge. Abends legen die Schwarzpelzer eine Rastein, ihr werdet mit Wasser und Brot gefüttert, ihr seid sehr müde und schlaft ein. Ihr werdet plötzlich wach, weil euch jemand hart in die Seite knüpft. Offensichtlich setzen die Orks wieder in Bewegung und ihr werdet von ihnen mit Tritten und Griffen auf den richtigen Weg dirigiert. Mittags vernehmt ihr das Rauschen von Wasser. Einige Stunden lang verläuft die unfreiwillige Reise an einem Bach entlang. Dann geht es durch das wadentiefe Wasser und ihr entfernt euch vom Bach. Am Abend legen die Orks eine Rastein. Die letzten Meilen waren sehr anstrengend, denn ihr seid wieder in den Bergen. Nachdem ihr euch etwas Brot und Wasser gegeben wurde, schlaft ihr ein. Am nächsten Tag geht es weiter durch die Berge. Schließlich erreicht ihr eine Höhle. Nachdem ihr euch mit verwinkelten Gängen mehr als einmal gestoßen habt, werden euch die Augenbinden abgenommen. Ihr hört, wie eine Tür zugeworfen wird und das Schloss verriegelt wird. Langsam gewöhnt euch eure Augen an die Faggeschein, der aus dem Gang in eurem Gefängnis fällt. Wir sind Arlins Körperkraft bedenkt um 5 Punkte. Die haben uns alle Gegenstände weggenommen. Und wir sind in den Blutzinnen. Ihr befindet euch in einer Gefängniszelle. Ihr befindet euch noch immer in der Gefängniszelle. Gegen Abend bringen euch zwei schwere bewachte Orks eine nicht sonderlich wohlschmeckende und halbwegs nahe auf der Mahlzeit. Als ihr den Raum untersucht, stellt ihr fest, dass die Tür massiv ist und von außen teilweise mit Metall verstärkt wurde. In der Nordostecke ist ein ehemaliger Gefangener mit seinem Ausbruchsversuch besonders weit gekommen. Ein Stein lässt sich komplett aus der Wand lösen. Dahinter findet ein ostige Leiste des Dorches, mit dem die Grabarbeit wohl vonstatten ging. Ihr befindet euch seit zwei Tagen in der Gefängniszelle. Gegen Abend bringt euch ein schwer bewaffneter Ork ein. Nicht sonderlich wohlschmeckende, aber halbwegs nahe auf der Mahlzeit. Ein weiterer Ork wartet auf euch im Gang. Auf dem Gang im Verlauf der letzten Tage glaubt ihr den bestimmten Rhythmus ausgemacht zu haben. Außerdem vermeint ihr regelmäßigen Abständen Klopfzeichen gehört zu haben. Zwei lang, zwei kurz, drei kurz, zwei lang. Ihr befindet euch in einer Gefängniszelle und wisst immer noch nicht, was mit euch geschehen soll. Gegen Abend bringt euch ein schwerer bewaffneter Ork nicht sonderlich wohlschmeckende Mahlzeit. Ein weiterer Gangwartung. Okay. So. Kopfzeichen, nun seid eindeutig vorzunehmen. Dafür seid ihr mittlerweile der Meinung, dass eure Zellen an einem langen Gang liegen. In den eigenen Zellen scheinen sich weitere Gefangenen zu befinden. Ihr befindet euch in einer gottverdammt beschissenen Orkischen Gefängniszelle und wisst nur eins. Ihr müsst hier raus. Gegen Abend bringt euch ein schwerer bewaffneter Ork. Ja. Bringt euch ein schwerer bewaffneter Ork. Eine nicht sonderlich wohlschmeckende aber halbwegs nahe auf der Mahlzeit. In einem Akt der Verzweiflung überwältigt ihr euren Wächter. Doch während ihr über seine Leiche steigt, haltet ihr seinen Arbach mit euch in der Hand. Ihr befindet euch tief im Innern einer Ork-Festung. Und ihr müsst fliehen oder bei einem Versuch umkommen. Wir speichern ab. Neu. Ja. Bin 13. Blutzinnen. Da sind wir jetzt. Und speichern das nochmal ab. Genau. Und das war's für dieses Abenteuer. Meine Güte. Hauptsache Kampf. Dann von Orks gefangen genommen werden. Und. Ja. Ne. Jetzt sind wir in den Blutzinnen-Festungen. Und da geht's das nächste Mal weiter. Bis dann. Macht's gut. Tschau. §